jo moine leute herzlich willkommen zu diesem video am dritten spieltag der gfl 2 gfl 2 season 2022 also saison 2022 los geht's let's go heute um 16 uhr langenfeld longhorn schlagen die rostock griffin 22 zu 3 dann firsty razorback verlieren gegen ingolstadt dukes 13 zu 31 kirchdorf wildcats gewinnen gegen frankfurt pyros 35 zu 21 dann um 17 uhr solingen paladins 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 gewinnen gegen hamburg huskies 32 zu 17 und und morgen um 15 uhr asindia cardinals gewinnen gegen hildersheim invaders mit 6 zu 3 und lübeck kugars gewinnen unterliegen die paderborn dolphins mit 0 zu 35 so das war's vom dritten spieltag der gfl 2 saison 2022 mit dem prediction so wenn euch das wieder gefallen hat lassen dann verpasst ihr keine benachrichtigungen auf diesem channel und bis dann gut bis dann tschau bis dann bis dann bis dann